Ich wünsche mir, dass wir in der Vorweihnachtszeit Zeit dafür finden, darüber nachzudenken, was es heißt, dass wir in einem Land leben, in dem kein Krieg herrscht und in dem die Auswirkungen des Klimawandels noch nicht so stark spürbar sind wie in anderen Regionen auf der Erde. Ich wünsche mir, dass wir dankbar werden für all die Privilegien, die wir haben. Ich wünsche mir, dass wir das Trennende weg von uns schieben und das Gemeinsame in den Vordergrund rücken. Ich wünsche mir, dass wir unabhängig von Religion, Hautfarbe und Herkunft den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Das wünsche ich mir.